hallo in diesem video hier möchte ich mich kurz mit dieser aufgabe beschäftigen die mir auch ein stillen per e-mail zugeschickt hat vielen dank dafür hier geht es um einen idealen kondensator da ist eine kapazität gegeben hier würde ich wieder bemängeln das müh gehört zur einheit als einen vorsatz das gehört aufrecht geschrieben aber egal so und da ist jetzt eine ladung gegeben zum zeitpunkt hier gleich null das sollen 250 mikro ampersekunde mikrokolomb sein und es ist ein spannungsverlauf gegeben auch hier das wollt an der stelle gehört aufrecht dass das e aufrecht geschrieben ist es wiederum sehr gut denn das ist hier nicht irgendwie ein e sondern die eulersche zahl die konstante ist eine funktion geben so eine typische aufladekurve für den kondensator plus eine spannung am anfang und die zeitkonstante die hier drin auftaucht dieses tau auch dafür ist ein zahlenwert gegeben so und jetzt ist gefragt wie groß ist der kondensator strom zum zeitpunkt t gleich 10 millisekunden also nach einer solcher zeitkonstante und welche energie wird dem kondensator dabei zugeführt so wenn man jetzt nicht so richtig weiß wie man an solche aufgabe herangehen soll dann ist es immer gar nicht mal so schlecht und gar keine so eine verkehrte idee mal so ein bisschen zu schauen was für formeln gibt es denn in denen die besprochenen und gesuchten größen vorkommen und da kann man nach kondensator gucken und dann findet man auf jeden fall hier funktionsweise im gleichstromkreis schon mal eine gleichung die ladung und spannung und kapazität mit ins verhältnis setzt die können wir uns auf jeden fall hier schon mal raus kopieren und mal einfügen so und dann gibt es hier noch eine gleichung hier schon für die energie die ist so ein bisschen länglich aber ich kopiere mal nur das ende also energie kann man in der kapazität ausrechnen aus q quadrat durch c oder indem man eben ein halb c mal u quadrat nimmt also und der faktor ein halb muss auch in der ersten gleichung da nun vorkommen also das ist hier sowas wie arbeit oder energie ein halb q quadrat durch c oder ein halb u quadrat mal c so und tja jetzt ist hier noch irgendwo von einem strom die rede wie groß ist der kondensator strom jetzt könnte man scharf auf die gleichung drauf gucken und sagen okay wenn ich die ladung ableite dann kommt da der strom raus auch diesen ansatz findet man irgendwo in der wikipedia aber ziemlich ziemlich weit unten dafür dass das eigentlich so was sehr fundamentales ist nämlich hier bei zeitbereich und da findet man eine schöne gleichung haben eine beziehung zwischen strom und spannung ergibt sich durch die zeitliche ableitung der element gleichung des kondensators so ist dq nach dt so und dann steht hier sowas die dc nach dt mal u plus 10 mal die u nach dt das ist ja und hier da steht es immer noch mal so wie man es eigentlich üblich hat nur weil die kapazität ist ja im normal fall nicht zeitabhängig das ist ihr trägt ihr eure jahr zu allgemein verwirrung bei die kapazität ändert sich ja nicht die ist eine konstante die ableitung einer konstante ist null also das was hier drin steckt ist produktregel bei der ableitung aber uns interessiert nur der zweite teil also ist 10 mal die u nach dt auch das kopiere ich mir mal hier einmal kurz raus aus diesem wikipedia artikel und packt das hier noch mit rein als dritte grundgleichung vielleicht die wir zur lösung dieser aufgabe brauchen also i von t ist u von t nach dt die ableitung der spannung multipliziert mit der kapazität und das ergibt sich letztendlich hier vorne aus dieser gleichung wenn man eben sagt wie auch schon in dem wikipedia artikel angesprochen i ist dq nach dt wenn sich die ladung ändert muss ein strom fließen wenn sich die spannung ändert an der kapazität die ja proportional zur ladung ist über den über den kapazität als proportionalitätsfaktor auch dann muss ein strom fließen so und damit kann man sich jetzt überlegen was man hier machen kann in dieser aufgabe also wir haben ja spannungsverlauf gegeben und wenn man den strom haben wollen müssen wir diesen spannungsverlauf einfach ableiten was wir natürlich vorher mal noch machen könnten ist wir können mal diese spannung 0 ausrechnen indem man das ja einfach genau die gleichung hier nehmen und sagen also die spannung 0 kriegen wir raus indem wir eben q 0 nehmen die ladung zum zeitpunkt 0 und durch die kapazität teilen und dann sind das eben 250 mikroampere sekunden und die geteilt durch die kapazität das sind fünf mikro farad und farad kann man auch schreiben als ampersekunden pro volt dann kürzen sich die ampersekunden weg und dann bleibt volt über die mikro und mikro kann man auch weg streichen ist ja auch gut dass volt rauskommen sollen denn wir wollen eine spannung ausrechnen 250 durch 5 sind 50 volt so und das heißt jetzt können wir hier an der stelle gleich weitermachen und sagen okay den strom den gesuchten kondensator strom den können wir jetzt erstmal allgemein als formel ausrechnen also 10 mal die ableitung und jetzt mache ich das eine lange klammer auf und sagt den verlauf der da oben oder die formel die gegeben ist für die spannung die setze ich jetzt ein also 100 volt mal in klammern 1 minus e hoch minus t durch tau und das ganze noch plus diese spannung 0 die setze ich mal gleich oder schreibe ich schreibe ich lieber auch als variable noch hin so und diese funktionen die müssen wir jetzt letztendlich ableiten und ja also das hier oben ist erstmal eine summe sagt uns die summen regel wir können jeden summanden einzelnen ableiten also schauen wir uns mal den ersten summanden an vor dem ersten summanden steht ein konstanter faktor 100 volt der nicht von der zeit abhängt sagt uns die faktor regel diesen konstanten faktor können wir vor die ableitung schreiben kann ich die 100 volt einfach abschreiben so dann haben wir hier drin wieder eine summe sagt uns wieder die summen regel ich kann jeden summanden einzeln ableiten der erste fakt der erste summand ist eine 1 ist eine konstante die ist abgeleitet 0 so der zweite summand ist eine e-funktion die e-funktion abgeleitet ist die e-funktion mit dem vorzeichen denn das vorzeichen davor steht ja auch wie ein faktor also e hoch minus t durch tau also minus e hoch minus t durch tau und dann ist das ja eine verkettete funktion hier die die e-funktion hängt ja nicht direkt von der zeit von e t ab sondern es gibt noch diesen faktor davor minus 1 durch tau und mit den müssen wir jetzt auch noch mal multiplizieren wir müssen das ist nämlich die innere ableitung dieser verketteten funktion also mal die innere ableitung so damit ist der erste summand abgeleitet der zweite summand ist auch einfach eine konstante ableitung von der konstante ist 0 dann ist das hier die ableitung und jetzt kann man aus den beiden minussen ein plus machen die heben sich gegenseitig auf und dann kommt da diese formel raus für den gesuchten kondensator strom so und in diese formel können wir jetzt natürlich einfach zum zeitpunkt zehn millisekunden das einsetzen dann steht da fünf mikrofarad für die kapazität eingesetzt mal 100 volt geteilt durch die zehn millisekunden von dem tau hier von dem dort oben mal e hoch minus ja wenn ich für t 10 millisekunden einsetze und das tau auch 10 millisekunden ist dann kürzen die sich beide gegenseitig weg steht da e hoch minus 1 das rechne ich jetzt natürlich wieder in octave aus habe ich mir mal hier schon mal so ein octave fensterchen vorbereitet ziehe das mal hier so ein bisschen zur seite so und tippe mal die zahlenwerte ein also c sind fünf mikro das sind 10 hoch minus 6 u dach nenne ich das vielleicht mal auch wieder maximal wert dieser spannung sind 100 volt und das 10 10 millisekunden das sind 10 hoch minus 3 so und damit können wir den strom zum zeitpunkt 10 millisekunden ausrechnen das ist nämlich c mal u dach geteilt durch tau mal die funktion die heißt hier exponent mit einem argument mit einem exponenten von minus 1 und da kommen da 18 milliampere raus nicht rechnen die um indem ich mal 10 hoch drei rechne sind das 18,39 milliampere die kriege ich hier noch daneben geschrieben das 18,39 vier milliampere okay und damit kann man jetzt natürlich auch die energie hier ausrechnen welche energie wird dem kondensator dabei im zeitintervall zugeführt so und dafür brauchen wir natürlich die energie zum zeitpunkt 0 schreibe ich mal so auf e von 0 und die ergibt sich eben aus ich nehme diese gleiche umsätze die spannung zum zeitpunkt 0 ein also es sind ein halb mal 10 mal so und jetzt müssen wir hier oben gucken also wenn ich für die zeit 0 einsätze hoch 0 ist 1 1 minus 1 ist 0 dann spielen die 100 volt hier vorne überhaupt keine rolle dann steht da nur 0 und 0 sind 50 volt das kann ich gleich mal einsetzen und ausrechnen aber jetzt bräuchten wir eben noch die spannung zum zeitpunkt 10 millisekunden also u von 10 millisekunden für die energiebetrachtung und tja da nehme ich jetzt einfach die gleichung nach oben also 100 volt mal 1 minus e hoch minus wenn ich hier 10 millisekunden einsetze das tau 10 millisekunden ist dann steht da wieder ein einfach ein exponent von minus 1 so also können wir erstmal das u von 10 millisekunden einsetzen das ist eben u dach mal 1 minus exponent oder exp funktionen e hoch minus 1 dann kommen da 63 volt raus und was ich natürlich vergessen habe jetzt an der stelle ich muss ja noch die 50 volt dazu rechnen hier steht ja noch plus 0 und die muss ich auch ganz unbedingt noch in meine oktave rechnung hier mit berücksichtigen die tippe ich mal direkt damit hinter okay und dann kommen 113 13 13,21 volt raus und die kann ich jetzt natürlich hier auch benutzen um die energie zum zeitpunkt 10 millisekunden auszurechnen mit mit genau der gleichen formel also mit c halbe mal u von 10 millisekunden zum quadrat zum quadrat fehlt hier noch jeweils so auch diese zahlenrechnung mache ich natürlich in octave also e 0 bekommen wir raus aus c halbe mal u 0 zum quadrat schreibe ich direkt hin mal 50 zum quadrat so und dann sind das ja bei die kapazität ja nur ein paar mikro farad sind ist das ziemlich wenig kann man jetzt da ablesen das sind millijoule die da raus kommen über die einheit können wir uns gleich nochmal gedanken machen so und das e von 10 millisekunden bekomme ich eben mit der gleichen formel raus bloß dass ich das u von 10 millisekunden zum quadrat einsetzen muss und dann kommt da ein bisschen mehr raus das sind 32,042 so die kann ich erstmal abschreiben also 6,25 und das waren 32,042 so wenn man jetzt über die einheiten nachdenkt also die kapazität bringt uns ampere sekunden pro volt und die spannung bringt uns volt quadrat dann kürze ich einmal volt gegen das quadrat volt mal ampere ergibt watt und watt sekunden ergibt joule und dann hatten wir noch als zahlenwert kam dann noch ein milli dazu und genauso sind es ja auch milli joule und die zugeführte energie die ergibt sich jetzt natürlich einfach aus der differenz dieser beiden energien also die energie die wir am ende dieses vorganges haben minus die energie zum zeitpunkt 0 und auch das kann ich natürlich ganz einfach hier in meinem octave ausrechnen und kann eben sagen das ist die energie zum zeitpunkt 10 millisekunden minus die energie zum zeitpunkt 0 und 30 32 minus 6 sollten irgendwie sowas wie 26 ergeben 25,792 25,792 die herauskommen als lösung für die zugeführte energie in diesem kondensator nach diesem zeitpunkt hier so und das ist und sollte jetzt die lösung dieser aufgabe hier sein wenn man da drauf schaut eigentlich gar nicht so wahnsinnig schwierig man braucht nur diese zwei zweieinhalb drei grundgleichung hier und muss das ein bisschen einsetzen ein bisschen ein bisschen ein bisschen auf die einheiten dabei achten die da entstehen auch so als probe nebenbei und dann kann man da bei der lösung ja eigentlich gar nicht so viel verkehrt machen um